Ich kann doch nicht mal bis zum Porta hinten schauen, ich kann recht kurz schauen, das ist obwohl lächerliche Sichtweite. Ich hab jetzt nur 5 Level, hab aber am Pracking 3 drauf bekommen. Soll ich die rettlichen Emeralds jetzt für den Stab uns holen oder soll die Liebe noch die Schwerter verzaubern. Schwerter verzaubern, oder? Ja, ja, ja. Das kann ich jetzt nicht auf die Option gehen, komm schon. Ey, Nico? Wir müssen zurück. Ne, noch nicht. Nein, das ist der Wettbewerb. Ist okay. Oh, die haben 2 Teamkiller gehabt. Ey, Nico, wir haben verloren. Lieber dein Schwert, bitte. Ne, wir können es auch noch schaffen, warte kurz. War vielleicht. Ich hab jetzt 3 drauf. Hast du dein Schwert? Na gut, was safe ist, wir werden die Rüstung nicht mehr rausziehen und die Waffe nicht mehr weglegen. Wenn die Künder ein Schwert. Hä? Nicht da. Ja, ne, bin ich jetzt zurück. Achso, achso, ja. Äh, Emeralds Farben machen wir jetzt zurück, wenn wir die zu töten. Weil das wäre nicht, wenn die jetzt probieren. Wenn die jetzt überraschen. Ich, ja, ich würde die zu töten. Oder weil wir probieren und überhaupt einen Teamkiller zu bekommen. Wir kennen jetzt Bosse, machen wir uns einen Teamkiller, machen wir uns gleich über den. Weil andere Schocks haben wir nicht. Ja, aber in der Zeit... Ja, 2 Teamkiller auch eh nicht mehr. Ja, aber warte. Genau, die beiden Möglichkeiten haben wir. Wenn wir die jetzt fronten und wir dann verdienen... Machst es. Ist sowieso egal. Weil wenn wir dann Zeug haben, dann ist das geil. Genau. Und die müssen dann relativ von neuem anfangen. In der Zeit könnten wir Teamkiller holen. Andererseits, äh, wenn wir jetzt durchs Portal gehen, ist immer das Problem, dass sie zuerst schießen können. das stimmt und uns killen können bevor wir was machen können da ist die frage ich wäre für den boss wir haben doch wir haben nicht so viel munition aber wollen wir gleich lass den boss hier in der mitte probieren ganz ehrlich habe ich dir überhaupt muni gegeben ja so oder ich überlege gerade gibt das dungeon sind ich habe keine ahnung was man da machen kann ja naja wir können den boss da drin machen weil es nicht ganz so easy ist hätten deine sniper noch zusätzlich bekommen recht viele emeralds bekommen das ist beim marktplaneten wieder richtig hochgelaufen das war auf dem turm drauf erstmal die missionen annehmen und dann schauen wir weiter ok ok ich habe ja auch nicht eventuell eine idee ich meine wasser werde jetzt wieder her gehen weil die öffnest locker im portal oder so aber matze die werden doch safe jetzt fallen bauen wenn wir die teamkiller wollen also die scharfstützen bogen schützen das ding ist halt ich bin jetzt hinterher aber auch schnell weg also wenn ich sie jetzt auch ein schatz das würde ich nicht tun dass wenn die da sind immer noch das würde ich auf jeden Fall nicht tun dann lassen wir nach oben gehen die quest annehmen ja boah ist das jetzt scheiße alter ich dachte ich warum die so schnell zwei typkiller her also ich wusste nicht dass die das boss gemacht haben aber zweitkiller die waren viel schneller viel besser ausgerüstet ah da waren die voll lange hier drauf wir haben einfach zu viel gezögert die waren hier saulange schon drauf und die haben überlegt ob wir jetzt hingehen oder nicht hingehen also auch da oder da eigentlich sind wir nicht ok dass wir die quest annehmen die hauptquest muss man an reicht ja wahrscheinlich wenn du's machst oder äh du darfst nur nicht die hauptquest annehmen du musst aber die anderen auch annehmen also das heißt nur eine andere oder neben quest und red kill red kill? red kill ist auch eine quest die dritte ich hab nur zu viele wait ja genau ja ist auch egal mach einfach ja ich weiß nicht was machen wir jetzt äh schwierig ja er wollte scheiße egal geht auch er wollte ja wie äh ja aber ich bin auf jeden fall eher für angreifen tendenziell ähm das problem ist nur wie das weiß ich noch nicht ähm hm 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 TROJ hm hm propagate m wir uns gerne eigentlich noch kaufen werden wir aber wir haben halt keine emmerals mehr müssen wir alle aufgeben fürs verzaubern jetzt also ganz ehrlich ich bin halt dafür deren drittes portal nutzen ok machen wir es und vergehen ich meine wenn es vorbei ist es ist vorbei es wird noch genug runden geben und es sind auch kleine runden ja von daher wir warten eh nur zweit sowieso nicht dass wir ansonsten noch eine chance haben wenn wir das aber echt satt entweder so oder halt ein teamkiller bekommen den einschmeißen und ein bisschen so 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 killen die frage ist halt ich habe ich war jetzt gehen bevor die noch stärker werden dass ich glaube die werden deren base so ausbauen der zeit vor allem die können sich jetzt noch reinkaufen sie können tränker einkaufen können alles möchte kaufen wenn wir jetzt posten machen würden aber wenn die jetzt noch stärker werden achtung nico kommen gegner also die fischer einfach durch rennen oder ja zum portal ja das ist ein portal durch rennen weil wir fährlich größer killen aber es ging jetzt nicht an die quest wenn wir 15 von diesen grauen fischern killen können wir uns einen turret holen oder einen stack äh emmerals jeweils okay aber die rüstung zu schade so müssen wir es machen jetzt stirb mehr durch nico was bringt alles nichts ich würde gerne noch den noch töten ja aber geht nicht was ist wenn ich hierher wollen dann tue ich das portal blockieren würde ich sagen ja oder verstecken wir uns zu killen so dann ob sie nico ja wenn er fest die sauerweiter das war zu viele ja äh kannst du bitte mal helfen kurz hier wenn du kannst oh was geht die fp sind hier so scheiße alter ich treff die kaum lauter fp an drops und ich hab nur noch halbes leben mittlerweile halbes leben also nee also ja halt halt nicht ein halbes herz sondern halt das leben ah wieso leben hä ja vier herzen von fünf herzen verloren halbes leben ah ok halt doch mal die presse du scheiße ihr nervt wird die sachen richtig schön gut ok ich hab nichts zu viel verloren ich muss mal erst mal nachladen hm ok ich war bei die ich hab's noch genug munition die frage haben wir erstellen ich hab's noch dabei alles krasse die zwei typen hatten junger achten die ist ein fisch wieder ja öffne ruhig das portal nein erst wenn wir keine fische hier haben ich möchte dass wir beide komplett bereitstellen ja ich ich kann ja easy killen ok ich hoffe wir kommen durch und jetzt ist nicht bloß die merken das nicht alle drei sachen müssen passieren wir werden eine nette chance haben ok w g 6 f 9 1 nee auch noch ein 11er relativ los hm da stand da stand unser unsere nummer drin jetzt hab die eingertippelt aber unsere portalen nummer schon drin wg ähm 6f 9 11 so hoffen wir nico ich bin auf die andere weiter ja warte ja 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 sache ist nur äh wir gehen durch heute direkt durch und mit schütteln da aber denk dran es kann sein dass wir gleich durchkommen mhm bereit ja mit drin ok mach was dazu ach die kommen die kommt au was musst du erst nachladen ja kann ich denn überhaupt hoch die liegen da oben warte ne geh weg warte lass mich nicht schrecken aber wie ist ich bin für fronten oder wollen wir es probieren oder wollen wir es probieren wenn ich nicht so ich bin fronten ja ich bin fronten ja ich bin fronten ich bin fronten weg 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 ich bin weg 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 nee ne das du wagt hin aber wie es bei uns bei uns die ganze runde schon war wenn sie irgendwas sagt meine meinung wird durchgesetzt nice vor allem wir dachten okay wir gehen unten lang und dann wartet ihr ja schon und das ärgerlichste war gerade ich wurde gerade 800 Euro von oben durch ja und in dem moment wo der hinterher mir runtergefallen ist so wie auch immer waren beide magazine leer und du musst erst mal magazine nachladen das war richtig ärgerlich ich habe extra gewartet ich stand da paar sekunden da oben beziehungsweise ich hatte auch ein paar Schuss aber das war halt in beiden magazine nur noch zwei fünf sechs schuss oder so und ich habe verzweifelt nachgeladen und so okay das war es ganz ehrlich aber auch nicht damit hast du selber fast bekommen ne weißt du ja nicht ihr habt mir damit kein halbes setz schaden gemacht echt aber trotzdem ja wir hatten wir ja mann ist so die diamantschwerte nachgeschwacht ja habt ihr schaden bekommt durch unsere schüsse weil ich habe ja ein für euch ein ganzes magazin reingeballert ich bin gerade halbseit ich war kurzzeitig irgendwie auf fünf herzen aber wir hatten auch golden endlich dann habe ich einen golden abbegegessen und war wieder voll jeder von uns hat auch noch zehn der oben auf der treppe leiten ne ich habe genau erzählt ich habe hier nicht getroffen ja es ging nicht ihr habt mich durchgetroffen ich habe es nicht hinbekommen anscheinend ist die kollision so komisch dass die kubel nicht ankommen wie gesagt die haben random spread geschüsse ja ja ich habe locker ja gut zwei drei magazine da oben hingeballert eh auf die hin aber es ging einfach nicht aber meine blockade hier mit dem pols dass das wasser weiter fliegt nein das ist nicht random du musst immer ein bisschen weiter runter im doch die sind random jene die haben random spread kann sein dass die teilweise random sind man muss trotzdem immer weiter runter einmal zu fliehen ja wir hätten eben als der eine sich über uns hoch gebaut hat ne ja wir hätten den anderen fronten müssen ja von der ist das wasser kam runter und naja wir werden eh schon wir werden die fronten müssen ich habe ja extra gecallt so in dem moment wo ich runter gesprungen bin ich habe da ja gewartet noch ein bisschen ja ich habe ja extra gecallt so sebeck jetzt pushen so weißt du wie ich mein das wasser weiter fliegt ja aber das wäre ja an sich für uns besser gewesen als von zwei seiten angegriffen zu werden ja wärs auch wir hatten eigentlich keine chance von wo kommt hier wirst du runter gesprungen ich habe mich mit dem hammer von oben durch die base durchgebaut ich sehe sie liegen so warte hier hinter uns sogar oh noo einfach runter easy going einmal durch ja das ist halt dieses flanken weißt du ja ja werdet ihr übrigens durch unser main portal gekommen dann hättet ihr sowieso ein problem ey das müsst ihr euch zeigen das ja einfach so ein bild hä guckt euch das mal an ja einmal um die rote linie genau das hatten wir indirekt vorher gehabt auch mit den seitengängen hier wollten wir das machen ja nice ging auch noch was wollten wir eigentlich machen eigentlich war auch voll der gute gedanke ja sowohl kam leider halt nicht mehr dazu sehr gut durch das main portal wäre eh nicht gekommen sowohl überlebst du das gute runde gute runde mhm easy oder nein aber wär echt gut hat Spaß gemacht ja gut und zwar mal eine kurze runde auch mal was anderes also wir hatten jetzt jetzt gerade hatten wir sogar ein hammer voll verzaubert auf fortune 3 sogar ja ja wir hatten eine hammer auf fortune 3 zwischen sie 5 und unbreaking 3 es ist ja ganz offen was hat mir zu wenig für wir hatten vier davon wir hatten vier davon wir hatten vier davon ja wir haben nicht erwartet dass direkt zwei team gehabt das war einfach wir haben überlegt aber jetzt kurzzeitig echt eine kurzzeitig echte doppelchecks mit einem emeralds voll alter ja klar ihr habt jetzt wie früher mit einem hämmern gehabt und du wolltest zwar doch was zu machen aber seid einfach nicht gebracht ihr hättet euch noch besser aufstellen können ja schade aber habt ihr ja verdient ja es lief nicht besser gemacht dass wir da ist ja nicht eine beste sachen genommen einfach unter erde gekrammert um den stein zu holen aber das ist nicht dumm das war schon nice von mir ah gut da fängst du noch mehr runden und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder mehr teams auch kein ammo ob wir es machen ich habe auch kein ammo gut ja würde ich sagen das war mit planet war 2 statt 2 gewesen damit beendet jetzt auch die aufnahme ach du nimmst auf oder war ja was ja und ja da ist gleich schon zu sehen und äh oh battlen euch doch gerade wenn ihr bock auf wenn ihr auf munition habt äh ich bin auf 3 hp ach so ja cool dann gehts ja schnell ich hab auch mal ein gapgegeben jetzt alles wieder gut ey die rüstung ist halt trotzdem ziemlich op obwohl ich glaube ehrlich gesagt die diamantenröstung voll verzaubert bringt mehr weil die ist halt mega teuer hey nein die ist gar nicht so teuer glaube ich ja aber verzaubern alles hab ich nicht durch den Boden durchgesucht ich hab erst diamantschmert 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 nein wie viel eben hast du noch gehabt da weg lange hast du nicht aber diamantschmert macht echt so maximal ein halbes jährdsschaden oder hat mir gar keinen Tarn gemacht ich wünsch mal dass du damit draufgegangen bist ok gut zu wissen aber wollten wir eh eher für die Bosse haben und die anderen Feature aber gut das war echt eher so eine experimentierrunde ne ja eigentlich schon aber gut ich hoffe dann danke fürs zusehen und tschüss bis zur nächsten Staffel von planet war was jetzt also was bis jetzt mach doch auf nein ich hab umgeschrieben tschau tschau